Der Rektor der Universität von Glasgow wollte am Wochenende über die humanitäre Lage in Gaza im französischen Senat sprechen. Eingeladen hatten die französischen Grünen. Die Einreise wurde ihm verweigert mit Verweis darauf, dass Deutschland gegen ihn ein einjähriges Einreiseverbot im gesamten Schengenraum verhängt hätte. Da würde mich interessieren, mit welcher Begründung und auf welcher rechtlichen Grundlage wurde dieses einjährige Einreiseverbot in den gesamten Schengenraum gegen ihn verhangen von Seiten der Bundesregierung. Also ich kann Ihnen eine solche Maßnahme ausdrücklich nicht bestätigen. Und wenn es einen solchen Einzelfall geben sollte, würden und dürften wir uns dazu auch nicht äußern. Da müssten Sie sich, was mögliche Einreisefragen angeht, an das Bundespolizeipräsidium wenden oder was mögliche aufenthaltsrechtliche Maßnahmen angeht an die Berliner Behörden, an die Berliner Ausländerbehörde. Aber wie gesagt, für das BMI kann ich Ihnen das nicht bestätigen. Aber jetzt haben die französischen Behörden das ja offiziell so bestätigt und gesagt, wir lassen dich nicht einreisen, weil die Deutschen dieses entsprechende einjährige Einreiseverbot erteilt haben. Und Sie sagen, das stimmt so nicht, beziehungsweise können das für das BMI nicht bestätigen. Habe ich das so richtig verstanden? Ich kann Ihnen erst mal abstrakt juristisch sagen, dass das BMI solche Maßnahmen gar nicht verhängen könnte. Insofern sind wir auch nicht der richtige Ansprechpartner. Und an wen Sie sich, falls es eine solche Maßnahme geben sollte, wenden können, habe ich Ihnen ja genannt. Dann würde ich mal zu dem Themenkomplex Herr Jürgen-Bausen sprechen. Vielen Dank.